Mein Wandertipp für jede Jahreszeit? Ganz klar der Lüßwald. Mit seinen majestätischen Bäumen und einer Fülle an Tier- und Pflanzenarten gehört der 7500 Hektar große Lüßwald zu den größten zusammenhängenden Waldgebieten Deutschlands. Und das ist noch nicht alles. Hier befindet sich auch ein sogenanntes Naturwaldreservat, in dem der Wald seit über 50 Jahren komplett sich selbst überlassen wird. Der Lüßwald wird daher zu Recht auch der Urwald der Südheide genannt. Vergiss also nicht, deine Kamera mitzubringen. Hier warten nämlich zahlreiche Fotomotive darauf, von dir festgehalten zu werden. Zu jeder Jahreszeit zeigt sich die hiesige Waldlandschaft mit den unterschiedlichsten Baumarten in einem neuen Gewand. Wenn zum Beispiel jetzt im Frühling wieder die ersten Blätter wachsen, kannst du hier das Erwachen der Natur besonders schön erleben. An sehr sonnigen Tagen spenden dir die dichten Baumkronen herrlichen Schatten. Direkt vom Wanderparkplatz aus kannst du zu drei unterschiedlich langen Touren starten. Unter ihnen auch ein Walderlebnispfad. Auch Radfahrer kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten. Denn ein Radweg führt ebenfalls hier entlang. Schenke diesem Video ein Like und speichere es dir, damit du diesen Naturtipp nicht verpasst.